Herzlich willkommen zurück zu White Arms. Ich weiß nicht, warum er hier gespeichert hat. Eigentlich waren wir schon oben mit Hudi. Bis mit den anderen hoch, aber ich meine, so ein One-Hit-Kill können wir uns noch mal anschauen. Ich finde, das müssen wir eigentlich... Bin mal gespannt. 3000 EP. Können wir da die Waffen verbessern. Entschuldigung, verbessern. So. Und jetzt, äh, war die Mitte schon offen? Ne, ne, kommt noch, okay. Okay. Hatte ich das letzte Mal ausgemacht? Äh, okay. Das wundert mich. Die Part übersehen, oder was? Ah ja, okay, hier sind wir. Habe ich echt das letzte Mal nicht gespeichert. Das ist jetzt irgendwie so zwei Minuten vorher irgendwie der Speicherpunkt gewesen. Das, äh, geht. Ich hatte so wieder Bock auf White Arms. Ich finde es halt nach wie vor schade, dass das so aufrufstechnisch im Vergleich zu den anderen Sachen gar nicht so ankommt. Aber, ja. Ach Mist. Das ist egal, und ich werde jetzt gucken, je nachdem wie es zeitig passt, dass halt hier erstmal die Videos länger werden, damit das schneller abgeschossen ist, so von denen her. Es ist eh besser, wenn ich, äh, nicht, äh, Trinkbeer benutze, okay. Wenn ich nicht drei verschiedene Laufen habe, nebenher. Okay, Armour down. Verteidigung minus 50%. Oha. Auch unnötig alles, äh. Ich hoffe, er trifft, ja, schade, ich dachte, er trifft beide, aber stehen wahrscheinlich zu weit auseinander, ne? 1.144, jetzt will er es wissen. Äh, ist das nicht herflicher? Und weg, jetzt haben wir. Ja, sollte ausreichen, sehr gut. Jetzt muss man rechts noch, 3.900. Jetzt muss man rechts noch das Ding aktivieren, und dann sind wir wieder oben, und dann müssen wir die anderen beiden halt noch hinführen. Weil im Wasser sind wir irgendwie bei dem Drei-Dings-Turm, der im Wasser stand. Ich weiß gar nicht, ob wir da direkt schon hin sollten. Ah, ja, ja, okay. Können wir nicht lang, genau. Ich habe, äh, gerade Studentenfutter gegessen, und irgendwie, und dann nur Schade ist im Hals. Bitte nochmal Prisma-Stahl. Ich glaube, das geht auch gleich alle, ne? Das mit den Waffen ist halt echt das Geilste. Das sind halt so over-powered auf einmal alleine kämpfen. Ja, Gott. Jetzt verballert er alles. Okay. So, und jetzt muss das hier nach oben gegangen sein, ne? Ja, ja, okay. So, und das... Ja, genau. Gehen wir hier nochmal drauf. Öffnet sich eine Tür. Genau. Und dann sind wir oben. Nach dem Cup. Denk mal, wird der jetzt der sein. Ich bin auch gespannt auf die Nachfolger dann. Vor allem, wenn es dann auch auf der Playstation 2 weitergeht. Also, abher, wie gesagt, gar nichts gesehen von den Nachfolgern, auch von dem vorher nicht. Bin mir gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Also, was wir dann grafisch für eine Lösung finden, weil das ist halt von allen JRPGs am schlechtesten gealternt, finde ich, optisch. Ist halt nur auf voll 3D gesetzt und eins der ersten Spiele und das sieht man halt. Comeback. Sehr gut. 3100. Nächste Ebene. Wir brauchen so viel Geld für die Waffe. Okay, ist offen. Das heißt, hier hoch. So, und dann konntest du dich halt hier heranstellen. Und der leuchtet. Das heißt, wir müssen jetzt einen Charakter wechseln. Äh, ja. Da weiß ich jetzt allerdings nicht mehr, wie welcher gehen musste. Deswegen, es kann sein, dass erstmal Cicillia heran muss. Da geht's aber nach oben. Ah, kann sein, dass sich die auch erst geöffnet hat durch Rudi. Schauen wir mal. Geh da. Na, noch hat er seine Special-Tags. Ich muss mal gucken, wie viel Gälder wir haben. Ah, 15.000. Ja, wohl, gehen das schon alle, ne? Hatte durch, ja, letztes Mal nicht mal ausgereicht, um Rüstung noch zu kaufen. Ja, zur Cicillia kann man ja nochmal ausstatten. Mal sehen, ob da unten noch was war. Bestimmt. Ja, ja, war klar. Bin ich mit dem so ein Stück zurückgegangen? Nicht, dass ich gerade um die Treppe runtergehe. War das nicht die Treppe nach oben? Munition, sehr geil. Ich guck hier kurz nochmal. Ne, ne, okay. Alles klar. So, ich guck hier auch nochmal hoch. Geht ja schnell mit den Kämpfen. Das ist wahrscheinlich auch so ein geheimer, also nicht geheimer, aber so ein Grindspot, wo du eigentlich hingehen kannst und dich einfach hochleveln kannst. Wer auch immer das nötig hat. Ich hoffe, da unten links war nix. Ich hab's nicht drauf geachtet. Ah ja, okay, hier war ich auch nicht sehr schön. Ah ja, okay. Oh. So, was hatten wir nochmal? Konnnen? 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 Nein, kann das sein, dass wir der CC aber auch nicht? Wollte ich gerade nicht wechseln, warte mal, ich fülle nochmal zurück, geht aber auch schnell. Wollte ich hier nochmal gucken, da geht es nämlich da lang. Vielleicht ist das wirklich so ein CC-Ger-Ding, Zaubermöhren, wieder da auf der Statusverbesserung. Hinter der Tür liegt der gütige Steinriese, tief im Inneren der Erde wartet der Steinriese auf das blaue Herz. Okay. Sorry, ich konnte aber, glaube ich, nur das Siegel starten, dann wüsste ich das Licht aus. Möchtest du deine Reise aufnehmen? Bin ich jetzt geheilt? Nee. Okay. Ich könnte aber ja speichern, aber wäre eigentlich nicht mehr so dumm. Die blauen Türen gehen beim Verschmelzen der drei Lichter auf. Okay. Vielleicht muss ich einfach nur das aktivieren. Das grüne Raubtier erhält das Licht des blauen Herzens. Ja. Okay. Es war ein geiles Spiel. Alpera. Einung ist sicher. Ich habe schon lange keinen Kampf mehr gehabt. Oh, Satan. Gegen Satan höchstpersönlich. Der hat aber eine nette Frise. Okay. Es sah dann halt nicht viel aus. So, das war das. Auf was geht alles klar da mit dem blauen? Auf was muss Zizia machen? Oder ich muss hier erstmal Sachen aktivieren. Mal sehen. Und weg. Und was sie alle schaffen, bevor die MP alle sind. Schreck ist aufgestiegen. 480, genau. Trotzdem ich überleveled bin, geht es was sehr, sehr schnell. So. Nächste Tür offen? Ja. Okay. Okay. Ich habe es mir dann doch noch ein bisschen schwieriger vorgestellt. Okay. Muss ich mal gucken in Zizia nach. Nicht, dass ich irgendeinen Bonus quasi dadurch ausgelassen habe. So, was war hier? Ich höre es in meinem Kopf. Das Wesentliche des Rittertums ist ja Herausforderung für einen Schwertkämpfer. Du solltest die Kunst des schnellen Zugs beherrschen. Okay. Stern. Geht hoch. Aber die geht auch einen eigenen Weg lang, vielleicht das richtigste. Ja. 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 Das können wir machen. Jetzt glaube ich so auf Zurückhalten irgendwie was eingestellt, ne? Oder auf Aggressiv mittlerweile. Ich glaube auf Aggressiv, ja. Gift. Speicher mal, aber wird einfach mal wieder darauf gehen, mal sehen was er macht. Hier. Okay. Muss wir gleich gucken auf was er eingestellt ist. Sehr schön. Hier nur Genos. Ja, wenn dann. Gleich übertreiben. Was ist das eigentlich, so'n Genostier? Gird ja kreis geschlossen im ersten Telnetami. Der ist aufgebrochen und dann wurde er zu dem Ding. Pjuu. Gehaut zu hau aus. ist ja schön ich sag gleich mal ein gifteilen so ja noch mal select so gift das wird sich alles geben schwer zu sagen ob ich hier als erstes langdorf wusste aber nicht was zu machen ist mit jack bei den blauen feldern wir werden auch soweit alles ausprobieren kümmer ich hätte sie ja einfach zu der schadensgasse überhaupt gewonnen vielleicht auch nicht körperkrafttuchstuhl das heißt physische angriffe oder so sie wird sich öfter heilen dürfen glaube ich bitte der eine weg immer noch nicht so so schauen wir mal ja da sind Kisten die noch zu sind warte mal hier oben war nix ne ne ist egal es gibt schon Kohle dann ärgert mich das ich muss mal checken noch mal zurück hilft nix ich meine das ist jetzt nicht weit aber trotzdem schade oder vielleicht ergibt sich das auch gleich wir sehns wir werden es sehen bitte nicht sehr gut ja bitte nicht das trifft jetzt bestimmt sehr schön danke cc glasse weg unglaublich aber sie muss aufpassen gegenangriff der ist weg jetzt setzt ihn hier an fühlt man sich einfach wie ein kommentator so beim kämpfen aber es ist angenehm es ist vielleicht ein bisschen drüber gewesen aber wird bei uns 1600 naja kurze mehr als gebraucht es hat noch 10 Leben gehabt 2400 dp wenn wir ankommen ist bestimmt nächster Kampf so was brauchen die dinge was brauchen die dinge fängt ich nicht der plan an ich kann nur hier gar nix machen richtig ok 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 ja verstehe ein bisschen schlaf und uhr und er hat und er hat und er hat schlaf die dinge nicht es ist sachen nix Vielleicht ist der mit einem Haken, ja, der muss das machen. Weißt du, der kann sich vielleicht jetzt so CC herüberziehen, ne? CC herüberziehen. Ich glaub, der triggert nicht so sehr, wenn er nur ein paar Schritte macht, ja immer. Ach so, weit weg? Okay. Wer kann denn auf Blaues rauf? Also mit dem ranziehen, das ist Jack mit dem Haken, deswegen. Wir probieren einfach mal. Ich mein, so in Zusammenarbeit, ne? Ich hab jetzt eigentlich jeden einzelner durchgeschickt. Ah, okay, okay. 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 Ich muss eigentlich da runterkommen, wenn Cicilia hier steht. Ah, ich hab ne Idee, okay. Und der muss draufstehen. Was, mich wundert das? Ich hab doch den Bereich gar nicht gesehen mit ihm, oder? sehr früh. Ich weiß das zumindest nicht mehr. Okay. 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 3 Treffen damit. Wir kriegen bestimmt noch ne Waffe, die auf 3 wirkt. Das wär so gut. Noch funktioniert der Postversteiger. Wir können dann beim Boss an und nix ist mehr da. Ach, ich hab Munition nachgeführt, richtig? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich glaube, Jack ist im Allgemeinen den falschen Weg gegangen. Wenn der Dinger sind zum Langziehen. Er kann eigentlich nur eher lang. Ach, Quatsch. Das war so sinnlos. Gute, dass ihr überlevelter ich bin, desto schneller gehende Kämpfer. Geht mal so ran. Das war eingetroffener Hörmer. Muss nicht sein. Da hat er zwei Angriffe. Ah, ich konnte glaube ich auch nur die eine Nachnamen mit der Munition. Ach geil, neuer. Sehr gut. Hier, wir erhalten mehr Munitionen als das wir verbrauchen. So. Was ich jetzt trotzdem mal machen werde. Wechsel mal rüber. Guck mir die Situation nochmal an. Okay, okay. Das heißt, da muss er irgendwie hinkommen. Wer auch immer. Ah, ich hab's. Okay. Okay. Hab ich gar nicht gesehen. Nein, sie stehen falsch. Oder? Ja, sie stehen falsch. هذا ist ja falsch, oder? Ja, sag das Desert Island. Mann, das ist so nervig. Wir stehen einfach falsch rum. Achso, bei Yen steht irgendwie was, oder ne? Ich würde sagen, hier muss Jack hin. Das probieren wir jetzt einfach mal. Jetzt muss der Weg raus sein. Meine extrem lange Grind Session. Vielleicht hast du schon ein Untergeschoss? Ich kann's. Mach mal neuer Ebene. Schade, dass dann der MP nicht wieder voll sind, aber es wär so unfair. Gibt's schon weniger Gäller. Ich mein, er hat den Haken. Er muss da stehen, wo Zizia steht. Das war ja das, was ich mir am Anfang dachte, dass ich bestimmt irgendwie falsch laufe. Und das war auch so. Also mit einem falschen Charakter an einem falschen Ort. Vielleicht hätten wir uns alle oben treffen müssen, aber du kommst ja nicht weiter mit Zizia. Vielleicht hätten wir auch erstmal oben hin gemusst. Zizia in anderen Gang. Und dann die Mütter. Wir werden's rausfinden. Nein, w腿. Ich kämpfe nicht eintönig, weil ich selber nicht kämpfe, also es ist halt immer ein entspanntes zurückgehen. Ja, man muss mal drauf drücken. Macht auch ohne Zauber genug Schaden. Ich glaube, die Tasche kann sie ja trotzdem teilen, weil Jack hat ja durchaus Munition bekommen. Hier wird aber Hudi, denke ich, mal benutzen können. Es war ein Grinden, was ich hier gerade mache. Unfreiwillig. Halt drauf. Sehr gut. Ja. Was ist das hier? Verschüttet oder was? Ne, er sagt nicht. Dann müssen Rudi und Zizia tauschen. Nee. Das kann doch nicht sein. Versuch mal mit Rudi runterzukommen. Verteidigung minus 50 Prozent. Sehr gut. Ja, komm, mache ich mit Rudi. Was ich hier irgendwie stehen muss? Ne, es gibt alles keinen Sinn. Kann ich mit dem reden? Ne. Ist das hoch und das musst du runter sein, ne? Höflich. Sag mal. Ne, ist hoch. Andere Richtung. Super. Kein Kampf? Wollte schon sahen. Geht das noch? Ach ja, eigentlich schon, ne? Ansonsten gehe ich dem wieder in Mundi-Zonen. Aber Heilung sollten wir auch genügt haben. Gegenangriff? Ja. Und weg. Das ist vielleicht wieder so ein bisschen drüber. Für einen leute nicht an WoW. Sehr gut. Neunhundert. Neunhundert. So. Wieder zurück. Und dann. Und dann. Wundert mich aber, wer die Haken... Na gut. Wir probieren. Das CC ja doch irgendwie durchkommt. Überlege grad, aber wisst ihr nicht wie. Wann machen die Gegner hier gar keine Probleme mehr? So. Siehste? So, das wird der normalen Wache. So. Einfach wegpolzen. Körperkraft gestohlen in der WoW. Wohne. Das sieht mir so ein bisschen nach Anfang... Okay. Nach Anfang aus? Ja. Versuch nicht halt so viel wie möglich hier rumzuführen. Und rüber. Ich überlege die ganze Zeit was das sein kann. Das ist bestimmt irgendeine dumme Lösung. Und so gut aus. So. So. Ah. Lugel. Was haben die da eigentlich unter sich? Oder haben die einen Grafikpack? Ja. Aber dann ist das neu, ne? Kann doch vorher sowas nicht. Gehen wir so weit runter... Vielleicht können wir das allgemein noch nicht machen. Kann das das sein? Ich komme dann mit Jack glaube ich gleich mal zurück. Ist ja wirklich alles versperrt? Wenn ja, dann muss ich mit Cici ja mal schauen. быть. Was ist mein Salz? Ich kommt dir auf die Etage. Bis zum nächsten Mal. 265. Mit dem fetten Drachen. Weswegen das ist... Okay, ich guck noch mal mit Sizilien. Es muss da irgendwas gehen, äh... Will ich nicht mit Magie irgendwie den weggeschoben oder so? Ich muss... Ich muss den da raufschieben. Ah, ich hab doch gar nicht die Kraftfahrtmeister. Oben auch einer? Nee. Okay, ich versuche aber mal weiterzukommen mit dir. Ja, hier hätte ich lenken müssen mit, äh, Jack. Was mach ich denn jetzt? Ich kann ja hier nicht hinzaukeln, ne? Versteh ich nicht. So, der kommt ja auch nicht raus, ne? Kann das sein, dass er von irgendwo rübergreifen kann? Zu Sizilien? Ah, was soll sie dann machen? Bei der Raumwärfer-Jack gewesen, wo Sizilien jetzt ist. Wenn ich sie an der Seite stelle und gucke... Kannst du auf die beiden eine Statue stellen? Und Sizilien nur da, in der Mitte da? Ich muss jetzt mal gucken in Jack. Ist das hier vielleicht der Raum? Das ich mich rüberziehen kann zu ihr? Ja. 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 Ciao. Ja. Ja. Okay. Dankeschön hast du Sorry. White Arms, 3, Sol. Interessant ist, bei welchen Part die anderen das machen. Wenn du guckst, Penedora, Part 31. Ist ein 12 Minuten Part. Sehr fix. PSX-7. Sehr, sehr cool. Ist sie hier? Ne, ne? Part 63. Ich glaube, man hätte das jetzt auch noch nicht machen müssen. Er hat nur 20 Minuten gebraucht. Ja, wer weiß, vielleicht auch irgendwie. Weiß noch, beim Urgarten hatte ich mir hin reingeguckt und den falschen Tipp abgeholt. Negoya ist bei Part 36 da. Und hat 38 anscheinend auch. Nach dem Schuss, äh... Achso, von Rudi, den Schatzradar. Was? Was mit ein... Können wir zu Hause teleportieren? Würde das gehen? Gab's hier sowas? Da ist noch ein Duplikator. Haben wir in allgemein hier so... G-Zeichen. Glückskarte. Die müssen wir mal bei irgendeinem Boss einsetzen. Hm. Ich fand das doch mal 50 MP. Ah, okay. Könnte man auch mal ruhig benutzen. Gerade Jack könnte das benutzen, ne? Seine Attacken dauern so lange. Was ist das denn, ey? Was soll ich hier? Ah, soll ich mir was machen? Vielleicht irgendwie jemand anders pushen auch nicht, ne? Dann mit ihm komm ich hoch. Ich muss mal gucken, wie es auf Englisch heißt. Ich muss mal gucken, wie es auf Englisch heißt. Vielleicht abends 3? Falsch. Okay, hier hat jemand dasselbe Problem. Ah, okay. Ja, okay. Muss ja irgendwo auf dem Weg hier die Lösung sein. Was hat mich bin der Game Over. So, was hat man, der ist nämlich aktiviert. Das Golden Hauptteam tält das Lied des Blauen Herzens. Haben wir irgendwo ein goldenes Hauptteam gesehen? Vielleicht müssen wir jetzt... Ähm. Zu zweit da oben hin. G-Zeit. Die blauen Türen gehen beim Verschmelzen der Drehlichter auf. Hinter der Türen liegt der gütige Steinriese tief im Inneren der Erde, weitet der Steinriese auf das blaue Herz. Ich würd's ihnen ja gerne geben. Super, da wurde bloß das Problem geschildert. Tja, gute Frage. Wir sind zwar super am Grinden, das kann's ja irgendwie nicht sein. Könnte man sich nicht weg teleportieren? Aktivieren, naja. Hier nochmal höher. CCR kommt halt nicht weiter. Das nervt. Das in englisch aus heißt. 3. Die ganze Zeit gleich mal probieren. So, naja, hier unten war nix, ne? Weichern. Muss mal gucken, vielleicht hab ich auch irgendwas übersehen. Warum bin ich denn noch falsch gegangen? So. Ah, warte, warte, warte. Ich glaub, ich hab's. Aber was heißt, ich glaub, könnte halt sein, dass das funktionieren. So, hier wär ich nix machen können, ne? Ne. Schade, ey. Ärgerlich, dass ich falsch reingegangen bin. Ich dachte halt, okay, hier gibt's immer ne Lösung. Da bewegt sich ja auch gar nix, ne? Muss ja irgendeinen Weg geben, wieder rauszukommen. Kann ich sie da mit der Zauberuhr hinstellen? Ne, 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 ne. War nicht direkt der Plan? Ja. Hm. Ich lauf mit ihm mal weiter, mal sehen. Vielleicht seh ich noch irgendwas auf dem Weg. Warum war nix, ne? Muss jetzt anders probieren. Sorry. Das ist halt die Frage, wieso es auf englisch genannt hat. Was ist das Säulen eigentlich im Englischen? Irgendwie ähnlich, ne, eigentlich. Pillar. Stirnpillar, okay. Demondo-Pillar? Was könnte es... Na, ne. Das ist der dritte Teil. Wahrscheinlich angelehnt auf den ersten Pillar. Wiespillar? Nein. Hm. Hat der gerade seinen eigenen angegriffen? Ich hoffe... Wie, Pillar? Na, okay, okay. Da war's. Pass the escape and start over. Warte mal, warte mal, warte mal zum Teleporter. Warte mal, warte mal, warte mal zum Teleporter. Ah, okay, okay. Okay. Aber der Teleporter ist doch nur für Jack zu erreichen, oder? Ja, deswegen muss das irgendwie irgendwie geben. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich glaube, die blauen Dinger sind nicht der Teleporter. Das war mal interessant. Ich guck mal, was hier noch kommt. Rudi ist aufgestiegen. Sehr gut. Ich bin der Meinung, nur Jack ist am Teleporter vorbei. Aber das wäre ja auch noch eine Option, ne? Weiß nicht, ob das so funktioniert. Ist ein Versuch wert. Auf jeden Fall ein Versuch wert. Super. Okay, ich guck nochmal, Pillar. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. So, okay. Weiter, je, dat. Ach. Obwohl, müsste auch gehen, oder? Hm, hm, hm. Achso, Jack hätte links gehen müssen. Ja, genau, wegen dem. Super. Die haben mich ja auch drauf hingewiesen nochmal, ne? Okay, also nur Jack muss links sein. Ja, das haben wir jetzt anscheinend nicht gemacht. Und was machen wir jetzt? Ja, mal sehen. Beschweren sich auf jeden Fall ein paar Leute. Vielleicht können wir auch zu zweit an die Statue? Nee, glaube ich nicht. Okay. Ja, da sind ein paar Leute, die das Problem haben. Ja. Ja, okay. Super. Ja, da sagt eine Hörerluft zurück zum Anfang. Fanden wir aber ja irgendwas, ne? Ja, aber rede doch von Teleporter-Dingern. Also, Jack und Rudi auf den Teleporter und Zizilda auf den Switch, aber. Lass der Escape. Boah, wo hätte man denn den Zorber Escape bekommen? Haben wir nicht, oder? Ich kann mal gucken, meine Fähigkeiten. Ich muss mal gucken, ob es ein Item ist, aber ne, da steht eigentlich, dass das Zizilda casten soll. Also, wenn du keine Escape zerbaust, dann bist du, äh, screwed. So, da. Kommt auch, ich kann Teleporter mehr. Vielleicht gibt's ein Sheet hier noch. Aha, aha. Sofort auf Level 99. Ja, aber vielleicht gibt's hier... Ja, aber vielleicht gibt's hier... Ja, toll. So ein Teleporter-Ding hätte es ja ruhig mal geben können. Guck mal, das hinten ist aktiviert. Ja, mal sehen, vielleicht finden wir hier mit ihm auch noch mal einen Teleporter. Wenn wir dies... Näh, er müsste... Jack müsste mit Cicillian geswitcht werden. Ja, muss sein, dass es hier wirklich einen Game Over gibt. Aber ich müsste ja irgendwo gespeichert haben. Supermerkwörig ist alles. Das ist so nervös. Das mit dem Teleporter müssen wir probieren. Und gucken, wo wir gespeichert haben, wenn nicht. Einer meinte auch, ja, du kannst trotzdem einen Endpost besiegen. So, und hier ging's nicht weiter. Äh, ja. Hm. Gibt jemand da? So, die Pillar. Ah, das nervt, ey. Da bin ich im schlimmsten, im aller, aller schlimmsten Fall. Das war zum anderen Save-Game zurückkehren. Sehr gut. So, Gift müssen wir gleich mal heilen. Okay, ist okay, ist okay, ist okay. Ähm. Ja. Ich bin mal heilen, dû. Wenn du ihn tetten war. ich stelle dass das sozialen zaubern ist hat er sehen irgendwie hätte es aber schon werden müssen sie nichts was uns einfach weg teleportiert es ist irgendwie hin sondern nicht wie ich bin stark muss links zu fahrt auch nix was ich hier machen kann er ist ein teleporter kann sein dass da alle hingehen na da steht er auch sie hat den zaubern nicht ich gehe mit ihm mal zum teleporter also schreiben ja alle was vom teleporter ich bin der mein der geht nur checken und weg kann sogar sein dass wir direkt erfolge speichert haben aber es würde mich trotzdem so sehr schade wir sind so schön am grinden gerade ok 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 runter so ist die gestalt ein lustiges lichter was möchtest du jetzt mal funken guck auch mal wo wir gespeichert haben 15 15 ok so das ist das aktuelle geisterschiff schon welche näher ne kann aber sein dass ich hier noch einen speichert das war ja das würde wahrscheinlich noch gehen äh ja das würde wahrscheinlich noch gehen äh 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 drei säulen äh ich weiß es nicht ich weiß es nicht gut dann musste ich hier einen part an der Stelle Schluss machen dann schaue ich einen wunderschönen Abend ah das ist mega blöd das ist richtig richtig blöd ja im schlimmsten Fall muss ich da erneu lernen anderthalb Stunden, naja gut eine Stunde wahrscheinlich irgendwie verloren aber wir schauen mal, bis dann